Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies. In diesem Video geht es um Softbank und eine kleine News um Softbank. Die betrifft aber auch Facebook, Alphabet, Google und auch Microsoft. Deswegen sehen wir hier auch gerade die Charts offen. Das heißt, wir gucken uns jetzt erstmal gleich kurz die News an, dann gucken wir uns einmal Softbank an. Im Übrigen in Euro umgerechnet, funktioniert ja aber nicht ganz so gut, muss man zugeben, weil es nur in 1-Euro-Schritten sind. Komme ich gleich aber nochmal zu. Dann gucken wir uns halt dementsprechend Facebook, Apple, Microsoft und auch Alphabet an. Es betrifft übrigens auch noch ein paar mehr Aktien, die News, aber die werde ich jetzt nicht aufführen, weil das sonst zu viele sind. Fangen wir mal an. Und zwar ist es so, dass die Softbank viele Aktien aus ihrem Depot geworfen hat. Softbank, kennt ihr vielleicht, ist ein großer Investor, eine große Investmentbank letztendlich. Die investieren in relativ viele Bereiche, zum Beispiel auch in Didi, aber natürlich auch in andere Sachen. Und das Problem, was man jetzt gerade wohl ein bisschen sieht, ist, die Bewertungen sind relativ hoch. Man hat jetzt tatsächlich sehr, sehr viele Nasdaq-Aktien rausgeschmissen, nachdem man letztes Jahr noch so ein bisschen den Vorwurf sich gefallen lassen musste, dass man die ganzen Nasdaq-Aktien aufkauft. Man hat super viele diese Big Techs gekauft. Man hat Dope gekauft, man hat PayPal gekauft, man hat Salesforce gekauft und so weiter und so fort. Und diese ganzen Aktien sind jetzt wieder rausgeflogen. Man hat also sein Depot ein bisschen bereinigt. Jetzt natürlich auch viele auf sehr, sehr hohen Ständen, unter anderem halt die vier Big Techs, die wir hier sehen. Und da fällt euch jetzt vielleicht eine Sache auf, das sind nicht alle Big Techs, da fehlt eine Amazon. Und Amazon hat man tatsächlich im Depot gelassen, hat man leicht verkleinert, nicht so viel. 6,2 Milliarden war das Investment, jetzt ist es noch 5,6 Milliarden, heißt also natürlich rein vom Geld her ist es viel, aber vom rein prozentualen her ging das eigentlich. Dort hat man nicht ganz so viel abgestoßen. Heißt also, bei Amazon ist man sich offensichtlich relativ sicher, dass die noch nicht ganz so heiß gelaufen sind. Wenn man sich den Chart anguckt, kann man sich das auch im Prinzip nochmal vor Augen halten. Die sind in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich nicht ganz so stark gelaufen, wie die anderen vier. Deswegen kommen wir jetzt mal zu den Charts und gucken uns jetzt hier direkt einmal die Softbank an. Die Softbank ist im Prinzip ziemlich stark gefallen, von ungefähr 83 Euro, zwischenzeitlich jetzt auf 49 Euro. Die Zahlen waren so mittelmäßig, es gab eine kleine Gegenbewegung, muss man einfach sagen. Es ist so, dass man 39% weniger Gewinn gemacht hatte, als noch im letzten Jahr. Das ist natürlich irgendwo schon schmerzhaft, aber auf der anderen Seite hatte man tatsächlich mit noch weniger gerechnet. Lag ganz einfach daran, dass man tatsächlich natürlich viele China-Investments hat, als asiatische Bank oder japanische Bank. Dass man natürlich auch so ein bisschen in andere Unternehmen in der Umgebung investiert und da haben die Regulierungen das Ganze sehr, sehr schwer gemacht. Zum Teil hat das Ganze einfach dann nicht mehr so viel Gewinn gebracht, wie man vielleicht davor erhofft hatte oder teils haben Investments auch Verlust gebracht. Heißt also, dort ging es jetzt nicht ganz so gut. Und wir können jetzt einmal sehen, heute an der Unterstützung bei knappen 49 Euro, können wir hier einmal sehr gut sehen, haben wir einen Abpraller gehabt. Könnten jetzt hier durchaus auch erstmal mit einem Rebound rechnen, zumindest mal wieder in Richtung von 54 Euro. Das wäre zumindest der erste mögliche Weg. Sollte es dann weiter gehen, könnte es auch durchaus in Richtung 59 Euro gehen. Nach unten hinweg können wir hier auch nochmal ganz gut erkennen vielleicht, dass es auch noch weiter runter gehen könnte. Wir haben hier natürlich einen sehr, sehr starken Abwärtstrend. Und solange dieser Abwärtstrend hier nicht wirklich mal gebrochen ist, wir können das ja mal sehen, prinzipiell ist es so, dass wir jetzt hier ungefähr in diesem Bereich einen Abwärtstrend haben. Bevor der nicht gebrochen ist, würde ich hier auch auf jeden Fall aufpassen mit einem Investment. Was man aber durchaus machen könnte, wäre zu warten, ob wir jetzt tatsächlich hier steigen, auch über den Abwärtstrend rüber. Das wäre zum Beispiel der 23. August bei knapp 52 Euro. Dann kann es halt in Richtung 54 beziehungsweise 59 Euro durchaus ausbrechen, wenn man dann diesen Abwärtstrend, diesen starken Abwärtstrend mal gebrochen hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es jetzt erstmal weiter nach unten gehen kann. Solange wir den Abwärtstrend nicht brechen, ist logisch, dann kann es nur in eine Richtung gehen. Und das nächste Ziel wären erstmal 47 beziehungsweise dann erstmal 44 Euro. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr viel oder sehr, sehr hart. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch einfach mal sagen, wenn wir uns das vom High angucken, sind wir mittlerweile auch 40% vom High entfernt. Und wir sprechen jetzt auch nicht gerade von einer kleinen Aktie oder von einer kleinen Marktkapitalisierung. Heißt also, dort kann es auch einfach noch weiter runtergehen. Das ist immer so eine schwere Einschätzung oder schwere Fehleinschätzung. Vor allem, wenn man sagt, gut, die sind 20% gefallen, das ist eine große Aktie, die können nicht weiter fallen. Doch es geht immer weiter letztendlich. Und das Problem ist einfach, dass es deswegen hier einfach durchaus relativ schnell in Richtung 47 Euro laufen kann. Heißt also, dass wir in die möglichen Ziele, Short-Positionen, könnte man sich natürlich mal unter der Unterstützung hier direkt überlegen. Und dann hier einfach mal eine Short-Position in Richtung 47 aufbauen. Beziehungsweise dann selbstverständlich, wenn wir hier keinen Rebound bekommen sollten, auch in Richtung 44 Euro. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich gerade schon angesprochen hatte. Das ist leicht problematisch. Wir sehen hier halt nur die ganzen Preise. Ich könnte mir das Ganze auch an der deutschen Börse angucken. Finde ich aber nicht so gut. Und da immer wieder gesagt wird, okay, es ist relativ blöde, wenn wir jetzt wirklich immer Yen oder sonst was oder Yuan, was auch immer. Also jetzt natürlich im japanischen Fall Yen uns angucken. Deswegen lieber in Euro-Preisen haben wir uns halt entschieden, hier die Rechnung oder die Umrechnung direkt zu benutzen. Deswegen ist das jetzt nicht ganz so genau in dem Fall. Aber zumindest kann man das hier sehr, sehr gut an den Unterstützungen erkennen. Kommen wir mal zum ersten Projekt, was sie im Prinzip wieder abgestoßen haben. Und da geht es um Facebook. Facebook heute leicht im Minus vorbörslich, wobei man sagen muss, bei uns an der Börse sind sie gerade auch plus minus null. Also spielt jetzt im Prinzip überhaupt keine Rolle. Wir hatten hier eine Unterstützung in dem Bereich, wo wir davor das hoch hatten, bei knapp 366 US-Dollar. Die hat auch während des Tages zumindest gehalten. Wir haben jetzt einen kleinen Abpraller gehabt. Es könnte jetzt hier durchaus erstmal auch nochmal wieder in Richtung hoch gehen. Das wären so ungefähr 377 US-Dollar. Heißt also, wenn wir jetzt hier den Rebound haben, beziehungsweise anders gesagt, wenn wir jetzt nicht hier nachhaltig unter die 355 oder 356 US-Dollar ausbrechen, dann ist es nur eine Frage wahrscheinlich der Zeit, bis wir hier das High wieder angreifen. Vielleicht sogar ein neues Erklimm. Wenn wir nach unten ausbrechen, dann könnte man hier mal eine Short-Position einsetzen, wirklich auf Tageschlusskursbasis zum Beispiel, dann in dem Fall 355 US-Dollar glatt oder 354 US-Dollar 80, so in diesem Bereich und dann in Richtung 340 US-Dollar. Das könnte man als erstes mal mit einer Short-Position machen. Vielleicht geht es dann sogar noch weiter runter, eventuell auch in Richtung 330. Kann natürlich sein, da könnte man sich vielleicht mal einfach überlegen, ob man bei dieser Position dann letztendlich hier in diesem unteren Bereich, also bei der Unterstützung einfach die Hälfte zum Beispiel weiterlaufen lässt, nur die Gewinne mitnimmt, wie auch immer man das gerne machen möchte, aber auf jeden Fall, dass man noch ein bisschen weiterlaufen lässt, falls es dann tatsächlich noch weiter runter geht. Das also zu Facebook. Ich halte das Ganze jetzt relativ kurz. Deswegen springen wir jetzt einmal direkt zu Apple. Apple ist hier im Prinzip an einer Unterstützung direkt dran. Wir hatten hier das High, wir sind drüber ausgebrochen, hatten auch ein neues High und Apple hatten wir glaube ich sogar gestern im Stream, deswegen ist es hier auch eingezeichnet. Letztendlich ist es so, dass wir jetzt erstmal davon ausgehen können, dass es entweder hoch geht, wenn es hoch geht, werden ungefähr 155 US-Dollar hier realistisch in nächster Zeit, wenn es jetzt erstmal runter geht. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel Tagesschlusskurse wieder unter die Unterstützung fallen. Zum Beispiel, wie wir es hier jetzt sehen können, in knapp Richtung 149 US-Dollar 50. Ganz kurz dazu gesagt, die Unterstützung ist mehr oder weniger noch bei 150 US-Dollar, also 50 Cent darunter, vielleicht ein bisschen nachhaltiger, 149 US-Dollar und 25 so in diesem Bereich. Da könnte man durchaus dann eine Short-Position aufbauen in Richtung von 144 US-Dollar 30. Das könnte man hier einfach auch durchaus mal machen. Danach, wenn wir dort weiterfallen sollten, also auch unter die Unterstützung bei 144, dann kann es auch sehr, sehr schnell in Richtung 138 US-Dollar gehen. Heißt also, ups, das war das Falsche, heißt also, wir könnten jetzt hier durchaus auch erstmal eine kleine Short-Position aufbauen, wenn der Ausbruch nach unten kommt. Wenn der Ausbruch nach oben kommt, würde ich persönlich zumindest nochmal abwarten, ob es jetzt wirklich weit hoch geht, weil ich zumindest kann mir vorstellen, dass wir vielleicht in Richtung 155 vielleicht auch während des Tages laufen und dann erstmal wieder abprallen und es dann vielleicht wieder so eine kleine Abkühlungsphase gibt. Letztendlich muss man sagen, Apple hat hier auch richtig Plus gemacht, gerade für einen Unternehmen. In dieser Marktkapitalisierung können wir auch sehen, vom Juni, vom 3. Juni aus sind das knappe 22%. Klar, das ist jetzt nicht die Welt, aber eine kleine Abkühlungsphase über 2-3% könnten jetzt hier durchaus auch mal wieder drin sein. Das wäre also in diesem Bereich hier ungefähr und das könnte man, denke ich mal, durchaus auch dann mal mit einer Short-Position ausnutzen. Dann kommen wir zu Elphabet. Elphabet kennt ja einfach nur noch eine Richtung und das ist die Richtung Norden. Es geht nur noch in diese Richtung. Wir sehen aktuell fast jeden Tag irgendwo so ein bisschen so ein High. Klar, jetzt nicht wirklich vom Tageskurs, aber zumindest vom Tagesschlusskurs können wir jetzt hier auch wieder erkennen. Der Ausbruch hier drüber über dieses High bei knapp 2776 zum Beispiel in dem Fall. Das wäre vielleicht sogar nochmal ein Anlass dazu, in Richtung 2850 zu gehen, eventuell sogar in Richtung 2900 US-Dollar, zumindest in nächster Zeit. Bei Elphabet fällt es mir gerade sehr, sehr schwer, hier einen Trade aufzubauen, ganz einfach deswegen, weil das Problem ist, dass wir relativ weit von den nächsten Unterstützungen und so entfernt sind. Man könnte jetzt hier durchaus mal, wenn wir nochmal fallen, darauf spekulieren, dass wir hier in Richtung des Aufwärtstrends laufen, also in Richtung knapp 2680 US-Dollar und dann abprallen, dann in Richtung 2750 US-Dollar wieder laufen oder 2760, dort wo der Widerstand ist. Darauf könnte man durchaus dann mal bauen. Sollten wir hier dann tatsächlich aber aus dem Aufwärtstrend ausbrechen, nach unten hinweg, dann könnte es durchaus bis zur Unterstützung gehen. Heißt also, ein Ausbruch unter 2680 US-Dollar könnte durchaus in Richtung 2570 US-Dollar gehen. Und bei Elphabet muss man einfach sagen, die sind auch natürlich sehr heiß gelaufen. Gerade seit März können wir hier einmal sehen, von 1000 US-Dollar in Richtung knapp 3000 US-Dollar. Also die sind schon sehr überhitzt und deswegen könnte es auch hier durchaus mal eine Korrektur geben. Vielleicht, wenn wir mal eine kleine Korrektur auch in nächster Zeit haben, geht es dann nochmal weiter bergab und vielleicht kann man dann auch mal wirklich nachkaufen. Für eine langfristige Position aktuell in Elphabet einkaufen, finde ich schon sehr, sehr schwer, weil es einfach ein sehr, sehr hoher Punkt ist, wo wir gerade sind. Und irgendwann läuft das Ganze auch so ein bisschen aus der Bewertung, die man über die letzte Zeit eigentlich immer gehalten hat, raus. Und dann könnten wir vielleicht halt, wie gesagt, bei einer Korrektur vielleicht mal ein bisschen eine stärkere Korrektur erfahren. Das also zu Elphabet. Wenn wir hier jetzt also den Ausbruch haben, long. Ansonsten vielleicht nochmal abwarten, wirklich, ob wir hier dann den Rebound beim Aufwärtstrend haben. Und jetzt gerade, muss ich halt sagen, finde ich nicht allzu interessant. Gucken wir uns Microsoft an. Microsoft hatte hier so eine Art Aufwärtstrend im Prinzip, so einen leichten Trendkanal. Ich nehme das Ganze mal raus. Wir haben hier außerdem so einen leichten Aufwärtstrend. Vor allen Dingen muss man aber sagen, auch Microsoft extrem gut gelaufen in der letzten Zeit. Wir haben hier so eine leichte Unterstützung, so in Richtung von 290 US-Dollar. Sind dort drüber. Nächstes Ziel wären jetzt im Prinzip nochmal wieder die 300 US-Dollar. Einfach auch als psychologische Marke, da wird es vielleicht ein bisschen schwer, dann direkt drüber auszubrechen. Ich nehme mal ganz kurz die Pfeile hier raus. Aber zumindest in diese Richtung könnte es dann gehen. Wenn man sich das Ganze jetzt aber auch nochmal relativ, ich sag mal, neutral anguckt, dann ist auch dieser Chart sehr, sehr warm gelaufen. Und hier könnte es vielleicht auch nochmal einen Rücksetzer geben. Hier muss ich sagen, würde ich jetzt weder eine Long-Position aufbauen, noch eine Short. Wenn überhaupt, dann vielleicht die Long in Richtung 300 US-Dollar. Und dann tatsächlich mal die Absicherung, den Stop-Loss bei 289 US-Dollar. Merkt ihr aber selber vom Chance-Risiko-Verhältnis, lohnt sich das jetzt nicht wirklich. Da hätten wir 7 Dollar plus, beziehungsweise im schlimmsten Fall dann 4 Dollar minus. Vorausgesetzt natürlich, es kommen keine Gaps und so weiter. Aber das wäre einfach, finde ich zumindest persönlich, kein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Deswegen würde ich hier nochmal abwarten, ob wir vielleicht nochmal näher in Richtung der Unterstützung kommen. Wir sehen, dass wir haben die während der Tage immer mal wieder fast getestet und so in Richtung 291 US-Dollar, zum Beispiel wie es gestern war, wäre es ja doch eigentlich ganz interessant, weil dann hätten wir einfach ein viel besseres Stop-Loss oder Chance-Risiko-Verhältnis, 9 US-Dollar plus im Gegensatz zu 2 US-Dollar Verlust. Das könnte man dann durchaus natürlich auch mit einem Hebel machen. Zum Beispiel natürlich mit einem 20er Hebel oder 30er Hebel. Kommt drauf an, wie risikoreich man das Ganze machen möchte. Aber das wäre durchaus mal eine Idee. Aber jetzt gerade so in dieser Höhe einzusteigen, finde ich relativ schwer, um das mal so zu sagen. Kommt natürlich auch bei allen Werten jetzt drauf an, wo wir jetzt tatsächlich dann im Markt einsteigen, beziehungsweise wo es bis 15.30 Uhr dann vor der Börseneröffnung ist. Ihr seht, dass hier die orangenen Pfeile sind immer vor Börseneröffnung. Muss man ein bisschen gucken. Das geht gerade sowieso nicht ganz so gut, muss man auch mal sagen. Wir sehen das hier vor Börseneröffnung, soll 0,1% im Plus sein, ist aber weniger als Börsenschluss. Außerdem die Linie auch hier unter. Deswegen verlassen wir uns erstmal auf den Börsenschlusskurs und gucken dann, in welche Richtung es geht. Also auch hier könnte man das Ganze durchaus dann aber auch shorten. Dort, wo wir natürlich den Stop-Loss setzen, ganz einfach deswegen. Wir setzen den Stop-Loss ja nicht irgendwo, sondern genau an der Stelle, weil wir davon ausgehen, dass es weiter runter geht. Und wenn wir davon ausgehen, dass es weiter runter geht, kann man bei 289,50 zum Beispiel auch nochmal in Richtung 283 US-Dollar spekulieren. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren und liken. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.